Grüß euch Burschen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bleibt euch einig sonderes über, weil ich schicke euch das ja in die Gruppe. Heute sind wir auf einem ganz besonderen Örtchen, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur der Sinn des Lebens ist hier verankert, sondern heute habe ich einmal für euch, für unsere Sportschule, einmal eine besondere Aufgabe. Ich bin ja nicht sehr, sehr der wahnsinnige Künstler. Ich habe es mit einem, kann ich es natürlich, ich kann es auch mit zwei Klopapier rollen. Und manche von euch können es mit drei, das weiß ich, und manche mit vier. Ich würde sagen, die erste Aufgabe von euch ist einmal, wie viel schafft ihr zu jonglieren. Und lasst euch da von Eltern vielleicht filmen, weil dann haben wir auf jeden Fall schon einmal ein paar gute Posts für uns, für unsere Gruppe. Das macht sicher Spaß. Also die Aufgabe ist, jeder von euch sollte es mit drei Rollen schaffen, weil dann habt ihr den Lehrer schon geschlagen. Ich bin ja kein Künstler, ich gebe das auch gleich auf. Aber ich habe natürlich auch mathematische Aufgaben für euch. Was Besonderes. Ihr wisst ja, in der letzten Zeit war das Klopapier ein sehr rares Gut. Ich habe nicht mehr so viele bekommen, aber ich hatte Glück. In einer Packung sind sage und schreibe zehn solche Rollen drinnen. Und der Hersteller sagt, auf einer so einer Rolle sind 200 Blätter. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Das sind zwei Blätter und das ist ein Blatt. So, jetzt möchte ich von euch wissen, wenn ich zehn Rollen in einem so einer ganzen Packung habe und ich habe ein Blatt, 200 Blätter pro Rolle. Erstens, wie viele Blätter haben wir in der ganzen großen Packung? Zweite Frage ist dazu, wenn ich jetzt im Durchschnitt vier Blätter pro Klo-Durchgang brauche, wie oft kann ich aufs WC gehen? Und die dritte Frage ist die schwierigste. Meine Kamerafrau, die lächelt schon ein bisschen. Meine schwierigste Frage ist, wenn es im Angebot zehn Rollen 2,75 Euro kostet, das heißt 2,75 Euro Cent, was kostet mich dann ein Blatt? Das ist schon schwierig, aber das ist eine kleine Kopfnuss. Ich bin schon gespannt, schreibt einfach hin, zweite Corona-Übung an, wann auch immer du das machst, wieder in Schulübungsheft. Ich freue mich vor allem auf die besonderen Videos, wie ihr das jongliert. Und natürlich nicht vergessen, immer ein Lächeln, gerade in dieser Zeit, ganz wichtig. Tschüss, euer KV, führte euch!